Darf der Arbeitgeber eigentlich, wenn er Essen stellt dem Arbeitnehmer, wenn er ihn also verköstigt, darf er dann Geld einbehalten vom Lohn des Arbeitnehmers? Unter welchen Voraussetzungen darf er denn vielleicht sowas oder wann darf er es nicht? Und wie ist das mit anderen Dingen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gewährt und ihm dafür aber was vom Lohn abzieht? Alles das klären wir im heutigen Video. Mich hat vor kurzem eine Zuschauerinnenanfrage erreicht. Da fragte jemand für die Freundin an hier und es ging um die Frage, dass bei dem neuen Arbeitgeber der Freundin einfach Geld einbehalten wird für Essen. Aber schaut mal selbst, was war hier das Thema? Wo ist die? Hier ist sie. Sie musste per Arbeitsvertrag unterschreiben, sonst hätte sie den Job wohl nicht bekommen. Alternativen gibt es hier auch kaum. Das vom Netto pro Tag vier Euro einbehalten wird. Man könnte dann so viel essen und trinken, wie man will. Ihr Lebensgefährte, leidenschaftlicher Genießer ihrer Küche. Sie will aber gar nichts essen und trinken dort. Sie ist leidenschaftliche Köchin und kochen gern immer zusammen. Es ist sowas wie das gemeinsame Hobby, wo sie jetzt sagt, das macht sie auch neidisch, weil die so toll kochen. Aber die Frage ist jetzt einfach zusammengefasst, kann das sein, wenn ich gar nichts essen will, weil ich vielleicht auch das Essen da völlig eklig finde, dass der Arbeitgeber einfach von meinem Geld da, vom Netto-Geld auch noch was abzieht. Wie ist das in solchen Fällen? Zunächst einmal, wichtiger Punkt hier bei der Anfrage ist, dass sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, dass sie das also vorher wusste. Das heißt, sie hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und in dem Arbeitsvertrag war das als Bedingung schon geregelt. Wenn sie den Mindestlohn mindestens bekommt, dann wird das vermutlich korrekt sein, weil sie es einfach so unterschrieben hat, hätte sie ja nicht müssen. Und nur der Umstand, dass das Essen nicht schmeckt oder du es eigentlich dann doch nicht essen willst, das ist kein Grund dafür. Da gilt dann tatsächlich, Vertrag ist Vertrag. Es gibt natürlich immer wieder Klauseln, die der Arbeitgeber dir vorlegt, die du auch unterschreiben kannst, weil sie sowieso unwirksam sind. Das wäre hier nicht der Fall. Sprich, in dem konkreten Fall, wo der Arbeitgeber das hingelegt hat und sie das unterzeichnet hat, hat sie wahrscheinlich Pech gehabt. Wie wäre es, wenn das irgendwie mit dem Mindestlohn kollidieren würde? Grenzwertig. Da könnte man drüber reden. War jetzt aber hier, wäre jetzt Überdehnung vom Sachverhalt, habe ich jetzt nur gesagt, für die, wo das auch eine Rolle spielt, geht aber unter bestimmten Voraussetzungen analog 17 Gewerbeordnung, kann unter bestimmten Voraussetzungen, dass sogar noch dieses abgezogene Geld sogar noch in den Mindestlohn mit einbezogen werden. Kommt dann aber sehr auf den Einzelfall an. Hier kann man erst mal sagen, der Fall ist relativ einfach zur Antwort. Vertrag ist Vertrag, gilt hier. So, was ganz anders wäre, ist, wenn es irgendwo ganz im Kleingedruckten versteckt und man es wirklich hätte nicht sehen können, ist aber untypisch. Ja, in der Regel ist der Arbeitgeber nicht so dusselig, das so zu machen. Das heißt, der schreibt ja bei der Vergütung in der Regel genau da rein, was sie bekommt. Zumindest empfehle ich das jedem Arbeitgeber. Wenn es also versteckt irgendwo ganz unten im ganz, ganz Kleingedruckten und völlig überraschend da noch irgendwelche Abzüge gemacht werden, oben steht groß, was weiß ich, 2.000 Euro netto oder 5.000 Euro brutto und dann steht irgendwo im Kleingedruckten täglich 4 Euro Abzug vom Netto, dann könnte man wieder wegen Überraschungsklausel und so weiter, könnte man da was drehen. Ja, aber wenn das transparent war, wenn ihr das auch klar war, dann gilt hier wohl Vertrag ist Vertrag im ersten halben Jahr so oder so. Bitte aufpassen, man hat noch keinen Kündigungsschutz, auch wenn man keine Probezeit hat. Im ersten halben Jahr hat man auf keinen Fall Kündigungsschutz. Da kann man wegen sowas hier sowieso nicht oder ist zumindest, sagen wir mal so, sehr riskant wegen sowas jetzt hier anzuklopfen. Ja, selbst wenn man recht hätte. So, ergab sich hier, dass sie gerade da angefangen hat. Ja, also da muss man sowieso vorsichtig sein. So, jetzt aber die nächste Frage. Nehmen wir mal an, der Arbeitgeber hat erstmal ein ganz normales Arbeitsverhältnis und jetzt sagt er plötzlich, pass mal auf, du kannst hier essen, so viel du willst, aber ich ziehe dir 4 Euro netto vom Lohn ab. Da gilt umgekehrt natürlich, wie der Vertrag ist vertragt. Es war dann eine Vergütung vereinbart und die muss der Arbeitgeber gewähren. Wenn er darüber hinaus dem Arbeitnehmer noch was geben will, kann er es gerne machen, aber er kann nicht ihm sozusagen eigenmächtig in dieses Gegenleistungsprinzip eingreifen. Es geht hier um die Hauptleistungspflicht, die Vergütung, ja, und kann da jetzt die Vergütungsbestandteile ummodellieren. Das geht generell nicht. Das kannst du genauso auch auf andere Dinge übertragen, auch auf das, außerhalb des Essens, ja, auch auf den Dienstwagen, er kann auch nicht einfach sagen, hier, ab morgen hast du einen Dienstwagen, aber ziehe ich dir vom Netto ab, was auch immer er dir da geben will. Er kann dir das on the top geben, er kann das auch abhängig davon machen, dass du etwas unterzeichnest, aber das war es dann auch, wenn du das nicht haben willst, dann unterschreibst du das nicht und dann kann das dir nicht aufoktroyieren. Das also alles im bestehenden Arbeitsverhältnis, ja, also wenn ihr vorher schon miteinander zusammengearbeitet habt. Jetzt gibt es noch eine Ausnahme, die du kennen musst, ja, das ist der ganze Aspekt Tarifvertrag. Wenn wir tarifvertragliche Regelungen Vorrang haben, dann könnte es ausnahmsweise sein, dass der Arbeitgeber da irgendwelche Möglichkeiten hat. Allerdings war das hier nicht im Sachverhalt und war jetzt kein Anhaltspunkt und auch da kann der Arbeitgeber nicht willkürlich irgendwas bestimmen, ja. Aber auch da würde jetzt gelten, unterschrieben ist unterschrieben, wenn es vorher so geregelt war, da könnte man nur noch mal in den Tarifvertrag gucken, ob da vielleicht günstige Regelungen sind und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Ja, Rosinenpicken geht da auch nicht, aber unter Umständen könnten sich in so einem Fall Ansprüche ergeben. Ansonsten muss man aber noch gucken, steuerlich, ja, das betrifft natürlich dann hauptsächlich auch den Arbeitgeber, wenn er da nicht aufpasst. Der Arbeitgeber kann jetzt nicht ohne weiteres quasi dem Arbeitnehmer Essen stellen, Essen zur Verfügung stellen. Das sind dann wieder Sachbezüge, ja, die können unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Da muss man also wieder ganz genau hingucken. Das betrifft aber jetzt nicht die Frage, die hier gemeint war, quasi, muss ich das hinnehmen und bezahlen. Völlig egal hier in dem Fall also, ob du das Essen isst, ob das genießbar ist. Einzig, man könnte vielleicht noch sagen, wenn der Arbeitgeber das Essen gar nicht stellt, dann musst du es auch nicht bezahlen. Das wäre ein Punkt, ja, wenn das Essen ausfällt, ja, dann kann er auch nichts vom Einbehalten, weil dann hast du ja auch nichts bekommen. Das wäre so eine Sache und, naja, wenn das Essen jetzt völlig ungenießbar wäre und man das auch beweisen kann, aber ich sage mal, wir wissen ja selber, wie solche Küchen normalerweise funktionieren und was man da so erwarten kann. Und ich sehe das immer beim Schulessen meines Sohnes, ja, das war schon zu meiner Zeit in der DDR, war das grauenvoll und es ist heute wirklich nicht wesentlich besser, vielleicht etwas besser, aber es ist immer so, dass an eine Großküche man nur sehr begrenzte Erwartungen stellen darf und dass die in der Regel auch nicht mithalten kann mit dem, was ihr euch zu Hause so brutzelt. Das möchte ich jedenfalls für euch hoffen. Alles andere wäre sehr traurig, ja, also wenn man zu Hause nicht so ein Essen hinkriegt und sich dann in der Betriebskantine mal ein gutes Essen holen muss, dann lebt man ja schon doch in sehr schwierigen Verhältnissen, würde ich jedenfalls so aus meiner Perspektive.